Hebräer Brief 12, wir schauen uns Vers 1 an. Hebräer 12, Vers 1. It says, we're foreseeing, we also are convinced about with so great cloud of witnesses. Deshalb lasst uns, lasst nun auch uns, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben. Amen. Wenn man umschaut, es gibt eine große Wolke von Zeugen um uns herum. Es gibt das Zeugnis von Gottes Güte. Also wir unternehmen nicht etwas, was vielleicht geschehen könnte oder nicht. Also es ist kein Wandel des Zufalls. Hier sagt der Vater, schau dich rum. Es gibt eine große Wolke von Zeugen. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte euch etwas sagen. Diese Zeugen sind Menschen mit Leidenschaften, so wie wir. Männer und Menschen, die versagt haben und versagt und aber versagt haben. Und dennoch haben sie nicht aufgegeben. Sie haben nicht aufgegeben. Das sind Menschen mit Herausforderungen, so wie wir heute. Doch die Güte Gottes hat in ihrem Leben gesiegt. Die Kraft Gottes hat in ihrem Leben gesiegt. Und Gott sagt, schaut euch mal diesen an. Wir genauso. Wir sind umgeben und zwar von einem großen Anteil, von einer großen Wolke von Zeugen. Ehre sei Gott. Und das schenkt uns Hoffnung. Amen. Also trotz all dem, wo wir heute uns befinden. Also egal welche Herausforderung uns vor den Augen sticht. Er meinte, schaut um euch um. Abraham, David, Jeremiah. Elijah, Elisa. Und schaut euch um in unserer jetzigen Zeit. Menschen, die sich der Wahrheit hingegeben haben. Und sie sind durchgebrochen. Aufgrund der Güte Gottes. Und Gott sprach. Er ist kein Mensch. Also Gott geht mit uns nicht so um. und zwar abhängig von dem, wer wir sind. Nämlich Gott ist der Treue seiner Person hingegeben. Amen. Es geht entsprechend seinem eigenen Wort. Dementsprechend schaut Gott nicht an, was wir tun können oder nicht tun können. Er steht auf seinem eigenen Wort. Nämlich die Treue seines Wortes. Halleluja. Amen. Deshalb kann Gott nicht versagen. Ehre sei Gott. Wisst ihr, Gott kann nicht versagen. Weil Gott nicht auf dich schaut. Er ist unabhängig von deinem eigenen Teil. Er verlässt sich auf sein eigenes Wort. Und heute möchten wir gewinnen mit Gott. Wir möchten mit ihm gewinnen. Wir möchten mit ihm siegen. Ehre sei Gott. Und was brauchen wir zu tun? Wir halten sein Wort fest. Was nie versagen kann. Ehre sei Gott. Unsere Hingabe. Unsere Treue. Gilt der Wahrheit. Und Jesus sprach in Johannes 17. Heilige sie. Mache sie besonders. Mache sie einzelnartig. Sonder sie ab. Mache sie zur Perle. Lass sie kostbar sein. Und zwar durch das Wort. Amen. Es ist das Wort, was uns würdig stellt. Es ist das Wort, was uns einzelnartig macht und verwandelt. Ehre sei Gott. Amen. Halleluja. Halleluja. Es fühlt sich so an, als würde sich das Wort Gottes ändern. Also als würde das nächste Jahr, wäre das Wort anders im nächsten Jahr. Ja, dass alles sich ändert. Alles ändert sich, aber das Wort nicht. Deshalb spricht die Bibel, nämlich seine Wahrheit wehrt Generationen. Nach uns. Das Wort wird immer noch das Wort sein. Das Wort ändert sich nie. Also das Wort wird sich nicht der modernen Zeit anpassen. Sondern das Wort modernisiert, verändert, verwandelt alles. Was sage ich heute? Nämlich, dass Gott hat uns etwas gegeben, was sich nicht ändert. Gott hat uns besonders gemacht. Gott hat uns siegreich gemacht. Er hat uns großartig gemacht. Doch es ist wichtig, dass wir mitmachen. Es ist wichtig, dass wir verantwortlich sind. Nämlich zu demjenigen, der uns besonders gemacht hat. Amen. Halleluja. Halleluja. Also unsere Hingabe, unsere Treue im kommenden Jahr, soll der Wahrheit gelten. Lass uns uns selbst der Wahrheit hingehen. Und die Wahrheit macht uns würdig. Heiligt uns. Macht uns einzigartig. Macht uns besonders. Macht uns wirklich zu Krönenträger. Und das gehört uns. Wir haben schon gewonnen. Amen. Amen. Ist das nicht großartig? Gott stellt dich in einem Rennen, wo du sowieso schon gewonnen hast. Amen. Du bist in Wettbewerb mit keinem. Sondern mit dir selbst. Und deswegen sagt er. Nämlich jede Bürde sollen wir beiseite stellen. Amen. Also für dieses Rennen trägst du gar nichts. Amen. Halleluja. Halleluja. Also dir ist es nicht gestattet, irgendwas zu tragen. Und deshalb sehen wir die Manifestierung unseres Sieges nicht. Und zwar jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen. Amen. Es gibt viele Dinge, die wir begreifen müssen. Doch eine wichtige Sache, die wir vor uns stellen müssen, ist, dass das Leben nicht Besitztum ist. Amen. Amen. Das Leben ist nicht Besitztum. Das größte Problem, was die Seele des Menschen hat, ist Habsucht. Und da sagte Jesus, dass das Leben eines Menschen besteht nicht aus dem, was der Mensch besitzt. Denn warum ist es so, der Mensch hat in sich kein Leben. Jesus Christus ist unser Leben. Wir haben Jesus nicht als Besitz. Er ist unser Leben. Amen. Amen. Jesus in uns ist kein Besitz. Er ist keine Sache, die Gott uns überreicht und sagt, hier, bitteschön. Sondern Jesus Christus ist derjenige, mit dem Gott uns verbunden hat. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Denn das ändert unser Blickwinkel von Gott. Wir realisieren, dass Jesus unsere Beziehung zu Gott darstellt. Er ist nicht das, was Gott gibt. Sondern es ist das, was Gott mit uns geteilt hat. Und wenn wir unsere Beziehung zu Gott begreifen, aus dieser Grundlage, dann geben wir uns dem Wort Gottes hin, was die Wahrheit ist. Amen. Amen. Und so wird unser Herzen nicht schwer sein, aufgrund der Laster, die wir aus anderen Situationen mittragen. Amen. Vater, schenk mir dies. Vater, segne mich. Oh ja. Also sein Schwerpunkt ist Segen. Gott ist ein Geber. Doch was gibt Gott uns? Gott gibt uns Erkenntnis. Gott schenkt uns die Erkenntnis der Wahrheit. Und wie gibt er? Denn alles, was wir in dieser Welt sehen, alles Materielle, kommt aus dem Wort. Also was siehst du? Amen. Geld ist nicht das, was wir sehen oder berühren. Wenn du Geld in deiner Seele nicht sehen kannst, dann wirst du sie auch nicht haben. Also das kann ich dir versichern. Das ist ein Gesetz. Amen. Wenn du mit den Augen deines Geistes nichts sehen kannst, man kann dir das körperlich geben. Also du wirst es einfach ausgeben und da wird nichts übrig bleiben. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Du körper es, within some time it's gone. Ja, nach einer Weile, ja, man hat ja eine Million Tage gereicht, nach einer Weile bist du pleite. Warum nicht? Warum nicht? Weil in dir drin konntest du das nicht sehen. Volk Gottes, Gott gibt nichts Materielles. Die materiellen Sachen sind unsere Verantwortung, dass wir dafür sorgen, dass sie aus unserem Inneren nach außen kommen. Doch damit dies geschieht, müssen wir aus dem Inneren sehen. Halleluja. Halleluja. Wir müssen aus dem Inneren sehen. Jesus Christus ist alles, was Gott uns geschenkt hat. Und so wie wir anfangen zu sehen, dann erkennen wir, dass alles, was Gott gegeben hat, er sorgt dafür, dass dies sich manifestiert. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Halleluja. Awesome. Großartig. Hier spricht Paulus. Und mit Ausdauer sollen wir laufen. Nämlich der Wettlauf, der vor uns liegt. Ja, wir sollen rennen. Halleluja. Halleluja. Wir sollen rennen. Wir sollen laufen. Und zwar mit Ausdauer. Oh, this word patient is so important. Ja, also Ausdauer ist sehr wichtig. We so need patience in this world that we are living today. In dieser Welt, in der wir leben, brauchen wir Ausdauer. And I want to guarantee you, patient is not waiting. Und ich sage euch, Ausdauer heißt nicht, ich warte nur. Amen. Amen. That's not what God means. Also, das ist mit Ausdauer nicht gemeint. Halleluja. Halleluja. Patient is to know. Ausdauer bedeutet zu erkennen. That what God has decree concerning you. Was God über dich geboten hat. Notwithstanding the circumstances. Trotz aller Umstände. Cannot fear. Das kann niemals versagen. Oh, Father. Aber, Father. That is what patient is. Aber genau das heißt Ausdauer. Is an assurance. Das ist die Zusicherung. Is a confident. Das ist die Zuversicht. That the decree of the Father. 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 Notwithstanding the difficulties of life situations. All the Schwierigkeiten in the Lebensumstände. Cannot fear. Das kann nieversagen. It is let us run with patient. Also, lass uns diesen Wettlauf rennen mit Ausdauer. Amen. Amen. Denn Gott ist derjenige, der die Zeit erschaffen hat. Er hat uns berufen, innerhalb der Zeit zu leben. Also, bringt er uns in 2019 hinein. Und er stellt einen Wettlauf vor uns. Und da sagte er, dieser Wettlauf, du läufst und und zwar, du rennst, ohne etwas mit dir zu tragen. Amen. Amen. Unvergebenheit. Unvergebenheit. Weg damit. Ah. Mhm. Halleluja. Amen. Offenses. Ja. Also, Beleidigungen. Weg damit. Halleluja. Halleluja. Ich habe einen Menschen Gottes gehört und das hat mich gesegnet. Er sagte, dass Beleidigungen, was tun sie? Sie nehmen deine Verteidigung weg. Ich sagte, yes. Und da sagte ich, jawohl, das stimmt. Das passt. Das ist so true. Das ist wirklich wahr. Denn wenn du wirklich Beleidigungen in dir hickst, dann ist deine Verteidigung nichts. Also, dann wirst du wirklich offen für alles. Du bist freiwillig. Amen. Amen. Und deshalb ist es wichtig, dass man keine Verletzung in sich trägt. Wir leben in einer Welt, wo Verletzungen geschehen werden. Bewusst oder unbewusst werden Menschen uns verletzen. Doch jedes Mal, wenn wir die Verletzung annehmen, was tun wir? Wir stellen unsere Verteidigung von ihm nichtig. Denn warum? Wir werden wirklich offen für alles. Angreifbar. Und dementsprechend gibt es einen Wettlauf, was vor uns liegt. Es gab ein Ziel, was Gott sogar, bevor wir zur Erde kamen, es gab ein Ziel, was Gott festgelegt hat für uns. Weil wir schon gewonnen haben, also Gott stellt uns nicht in einer Prüfungssituation. Wo wir denn versagen. Also Gottes Prüfung hast du nie versagt. Also bist du nie durchgefallen. Amen. Niemals. Du machst die Prüfung immer wieder. Bis du das richtig hast. Amen. Halleluja. Halleluja. Du sitzt weiterhin für diese Prüfung. Denn in Gottes Rahmenplan gibt es kein Verdammnis. Er sagt nicht, okay, also durchgefallen, tschüss. Sagt er nie. Amen. Also machst du weiterhin, bis du das richtig hast. Und Paul spricht hier, Nämlich, lass uns den Wettlauf mit Ausdauer, was vor uns liegt, rennen. Amen. Halleluja. Halleluja. Wie laufen wir, wie unternehmen wir diesen Wettlauf? Vers 2 gibt uns den Hinweis. Looking on to Jesus. The author and finisher of our faith. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Looking on to Jesus. Hinschauen auf Jesus. The author and finisher of our faith. Der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Who for the joy that was set before him and due the cross, despising the shame and is set down at the right hand of the throne of God. Der um der vor ihm liegende Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Amen. Halleluja. Halleluja. Ist das nicht tröstend genug? Ist das nicht anweisend genug? Ist das nicht ermutigend genug? Mit diesem Wort. Ist dein Ja schon gelegt? Also dein Ja ist schon gekrönt. Dein Ja ist schon erfolgreich. Er sagt, hinschauend auf Jesus. Also nicht auf deine Fehler hinschauen. Sondern du schaust auf Jesus hin. Nein, nicht auf die Symptome deines Leibes. Nein, schaue auf Jesus hin. Und nicht auf andere. Schaue auf Jesus hin. Das ist die Garantie. Aber genau das ist die Garantie. Unsere Siege. Schaue auf Jesus hin. Denn er nahm die Schande auf sich. Er nahm unser Versagen auf sich. Er nahm unsere Unzulänglichkeiten auf sich. Unsere Unfähigkeiten nahm er auf sich. Unsere Unfähigkeiten nahm er auf sich. Schaue auf Jesus. Er ist der Autor und der Finisher unserer Fähigkeit. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Unser Glauben ist Gottes Entschluss, was er bestellt hat. Und zwar bezüglich unserer Bestimmung. Er sagt, schaue auf Jesus. Schaue hin auf Jesus. Amen. Ehre sei Gott. Nun schreiten wir voran. In einer neuen Phase des Lebens. Wir schreiten voran. In einer neuen Umgebung. Wir schreiten voran. In einem Ort, wo wir noch nie gewesen waren. Und Gott gibt uns die Garantie. Dass dort, wo wir hingehen, ist schon erleuchtet. Wo wir hingehen, ist schon gesegnet. Wo wir hingehen, ist schon festgegründet mit aller Güte Gottes. Also wir schreiten nicht in die Dunkelheit hinein. Also wir folgen ihm nicht. Also er folgt uns nicht. Nachdem er vorangegangen ist, folgen wir ihm nach. Jesus ist in 2019 hineingeschritten schon. Also Gott gab uns schon die Garantie für den Erfolg. Wir schauen auf Jesus. Amen. Schaue nicht auf dich selbst. Wenn wir auf uns selbst schauen, versagen wir. Wenn du auf andere schaust, versagst du. Doch wenn du auf Jesus schaust, mit Sicherheit hast du Erfolg. Mit Sicherheit hast du den Sieg. Halleluja. Denn Gott hat uns gegeben. In der Zusammenfassung dessen, was Jesus für unsere Rettung getan hat. Alles, was wir zum Leben brauchen. Und er hat eine Garantie zu all dem dazugegeben. Doch diese Garantie ist unsere Verantwortung. Wir schauen auf Jesus. Ist es schwer? Schaue doch auf Jesus hin. Amen. Das ist alles. Halleluja. Unser Glaube also für das Jahr ist wirklich auf Jesus zu schauen. Amen. Ehre sei Gott. Also mit ein paar Minuten, wo wir in 2019 hineinkommen, der Herr spricht, Schaut auf Jesus. Schaue auf Jesus. Du und ich, wir sind nicht allein. Aber genau dieses Wort hat Gott mir ins Herz gelegt. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Amen. Amen. Derjenige, der uns sandte, der ist mit uns. Wir sind nicht allein. Gott wird dich zu einem Ort bringen, wo du körperlich alleine stehst. Das ist der Pfad deines Wachstums. Alle Menschen verlassen dich. Ja, das ist so bestimmt. Amen. Denn du kannst dich auf keinen zurücklehnen. Damit du deine herrliche Bestimmung ankommst. Das Ort ist so glücklich. Niemand soll sagen, ich mache dich. Also deine Bestimmung ist so herrlich, dass keiner soll sich wagen zu sagen, ich habe dich dorthin gebracht. Amen. Amen. Sogar du selbst. Du wirst überrascht sein. Wie ist es geschehen? Das nennt man Gnade. Also wenn du nicht überrascht bist, dann hat deine Eigenmühe dazu beigetragen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Du musst zu dem Ort kommen, wo du allein stehst. Du möchtest niemanden um dich herum zu fühlen. Amen. No, no, no. Halleluja. Halleluja. Thank you, Father. Danke, Father. Just a few minutes. Nur ein paar Minuten. Halleluja. Halleluja. Can we be on our feet? Lass uns bitte aufstehen. Danke, Herr. Oh, halleluja. Danke, Herr. Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. Nun, wenn dein Sieg schon gesichert ist, wenn dein Erfolg schon gesichert ist, nun soll dein Herz voller Dankbarkeit sein. Und so now we are about to launch into the 2019. Nun sind wir bereit, in 2019 hineinzuschreiten. In the presence of our Father. In der Gegenwart unseres Vaters. In the presence of his Spirit. In der Gegenwart seines Geistes. The Lord has just spoken to us. The Lord has just spoken to us. He says, look on to Jesus. Schaut auf Jesus hin. Look on to Jesus. Schaue auf Jesus hin. Halleluja. Halleluja. Look on to Jesus. Schaue auf Jesus hin. Just lift up your vision. Erhebe nun deine Sicht. Lift up your heart. Erhebe dein Herz. And look on to Jesus. Und schaue nun auf Jesus hin. Don't look on to 2019. Schaue nicht auf das Jahr 2019. 2019 is in him. Also 2019 gibt es in him. Thank you, Father. Danke, Father. Halleluja. 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 Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. 30 Sekunden. paar Sekunden noch. Just 30 Sekunden. We're just about to launch into. Wir sind nun bereit, in das Jahr hineinzuschreiten. In this glorious year. In diesem herrlichen Jahr. Glorious year. Herrliches Jahr. Awesome year. Großartiges Jahr. In the name of Jesus. Manta Krabosa Talaboshe. Begin to bless the Lord. Bless the Lord, oh Lord. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. And forget not all his benefits. The benefits of the Lord awaits you. The benefits of the Lord is already before you. The Lord is before your face. The Lord is before your eyes this moment. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Begin to rejoice. Begin to rejoice. Begin to rejoice. 2019. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 2,019 Halleluja Flush at 2,019 Halleluja Thank you Lord Jesus Halleluja Halleluja Happy New Year Happy Glorious Year 2,019 Glory 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 Glory